Bei den Boden hell beleuchtet, wo die Gehlmann befeuchtet, stehen Leute und sie schnüffeln an dem Glühwein, den sie schnüffeln. Leider ist die Luft zu warm und der Schneemann ist aus Waffe, nebenan grinst und viel Scham und ein Nikolaus-Attrappe. Fier ist hier wirklich theoretisch, auch der Schnee ist nur synthetisch. Und weil man echt den Schnee nicht hatte, griff man raffiniert zur Watte. Doch nach Ladung Punsch oder Glühwein, je nach Wunsch, kriegt die Weihnachts-Synthetik eine sehr lebendige Ästhetik. Denn der Schneemann, er bewegt sich und der Nikolaus erregt sich, nur ein Glas noch, dann okay, ist die Watte echter Schnee.